Die Bombe Der Churchill hat mich im Milchladen angerufen, weil im Rathaus wäre es eher schlecht gewesen. Der Churchill hat mich angerufen und gesagt, Elsa, bau eine Bombe und jag den Hitler für mich in die Luft. Wir alleine schaffen das nicht. Ich kann nicht sagen, was es nicht gibt! Geben Sie mir einfach Papier und Fleischhilfe, ich kann es euch beweisen! Geben Sie!